Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7 A New Fred Mod. Ja, in einer neuen Aufnahme, wunderbar. Wir gehen nochmal zurück in den Cosmo Canyon, weil ich muss nochmal Items gucken. Wobei, ich glaube, es gab ja gar keine guten Items, oder? Hey, wie wär's mit einem Cocktail? Nö, komm. Nein, ich glaube, hier gab's gar keine guten Items. Ja, ich wollte euch Cosmo Canyon nochmal zeigen, dass wir meine Idee dahinter sind. So, gut, das so. Ja, als nächstes geht's jetzt weiter. Und jetzt kommen wir... Oh je, oh je, das wird spannend jetzt, weil jetzt kommen wir in eine durchaus spannende Region. Vielleicht dahinten, eigentlich schon mal. Ich glaube, so bin ich noch nie zurückgefahren. Na, machen wir jetzt auch nichts. So, und zwar nach Nibelheim. Ja, da werden wir schon begrüßt von Nibelwölfen, das ist sehr schön. Ja, toll, und gleich 350 Angriff, die sind sehr, sehr stark. Wir hätten... Warum machen wir eigentlich keine Barriere mit Barrett? Ne, mit dem Barrett keine Barriere, weiß man nicht so genau. So. Ja, komm, bei Barrett, die hauen Barrett, Hammergranate raus. Schau mal, was hat denn so ein Wolf eigentlich? Rein, nur weil es mich interessiert. So, zack, Kammergranate und Angriff. Sehr schön, eines tut. Oh, oh. Okay, er hat ihn wiederbelebt. So steht der jetzt so komisch da. 1720, okay. Week against Fire in Ice. Da kann man noch in einer nicht schnell wieder tot. Das geht gar nicht. Also der Angriff, der ist echt. Und warum er tiefer, er cese, ist noch mal tiefer, echt zum Bericht. Das ist ja auch okay. Okay. Warum er tiefer, so wenig AP? Dachte, die hatte ich immer mit. Hm, ja gut, weil sie wahrscheinlich so viele Sachen hat. Naja, keine Ahnung. So, okay, ähm. Naja, keine Ahnung, genau. Es ist mir eigentlich alles egal. Tja, toll, ne? So, und wir speichern hier Sektor 7 Slums. Und wir sind vor... Nibelheim. Was? Das kann nicht sein. Cloud, ich dachte, es ist alles niedergebrannt, oder? Ähm, ja, ist es auch. Die Stadt wurde komplett zerstört. Aber warum? Mein Haus ist sonst noch auch noch hier. Irgendwas ist ja nicht richtig. Wirst du nicht umsehen? Ich lüge nicht. Glaube ich zumindest. Ich erinnere mich. Die Intensität, die Hitze der Flammen. Äh, irgendwas Seltsames geht hier vor. Komm, wir müssen mit den Leuten drüber reden. Ja. Die Stadt ist noch da. Cloud hat wohl Scheiß erzielt. Komm, ähm. Ich möchte mit dir sprechen. Ähm. Ja, wir kennen nur What's Your Story. Machen. Bla, 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 bla. Alter, die Stadt ist... Die Stadt ist nicht abgebrannt. Du lügst. Ähm. Entschuldigung. Ich lüge nicht. Die Stadt ist nicht abgebrannt. Tja, okay. Oh. Ein Mann in einem schwarzen Kapuze. Ihre Muster-Wiedervereinigung. Okay. Kann ich das aufmachen? Nö, das ist nur so ein Boiler. Stimmt, da sind ja schon die ganzen Wiedervereinigungstypen herum. Oh mein Gott. Kiste. Moment, kann ich die aufmachen? Nö. Kann ich die hier aufmachen? Nö. Hier, das da? Nein, kein... Nichts. Okay, schade. Ich wollte nur gucken. Vielleicht kann man ja irgendwas aufmachen. Das wäre voll toll. Aber ist nicht so. Nein, nein. Oh. Boah, die haben... Verdammt, die haben echt lauter Zeug. Ach, und ich erinnere mich gerade. Es hätte ja... Moment, ich muss... Ich muss zurück nach Dingens. Oh, nette Stadt. Ja, hey, wir sind schon lange hier im Geschäft. Du lügst. Die ist niedergebrannt. Oh, vergiss. Vergiss es. Es ist nichts. Hm. Oh, er hat ein Tattoo. Ähm, Nummer 12 Tattoo. Er hat mir ein Elixier gegeben und wollte irgendwas von Sephiroth. Wir wollten... Stimmt, wir mussten eigentlich... Mussten wir Dingens machen. Ist hier... Es ist die Frage, ob hier auch so ein Typ ist, der mich nach Dingens bringt. Nach... Na, wie heißt denn? Oh. Oh. Ähm. Ähm. Huch. Ich hab Angst. Ist hier so ein Typ, der mich nach Fort Condor bringt? Fort Condor wollte ich eigentlich. Hallo. Äh. Was geht hier vor? So. Ja. Raus hier. Sagen ich solche Sachen. Gut, Cloud. Kommt das mit seiner Theorie nicht gar so gut an? Der Hund hört sich an wie eine Katze. Oh, sehr föhrt. Schön. Wir reden mit ihr in allem, weil manche haben was für uns. Nehme ich einen Turbo-Eater zum Beispiel. Er schenkt uns einfach so einen Turbo-Eater. Ah, da ist tieferes Zimmer. Mal sehen, wie tiefer reagiert. Da ist auch so ein... Alter. Tattoo Nummer 4. Platinum Faust. Moment. Oh. 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 Er attackt wird zwar weniger, aber dafür haben wir Double-Double. Er attackt Prozent. Nee, komm. Goat the Fast. Stimmt, das müssen wir eh weg tun, weil da werden die Gegner nämlich immer... Ähm... Dingens. So schnell. Das geht gar nicht. Dann könnten wir da Edit Cut oder eben sowas. Boah, das ist nur ein Doppelding. Das ist schon nicht schlecht. Aber ich könnten wir die aufrufen. Müssen wir auch ein bisschen mehr verwenden, oder? Petrify. Bolt Summon. Fire and Berserk. Slow. Okay, die machen ja auch alle tolle Zusatzeffekte. Und was haben wir denn hier noch nicht hier? Eis, Feier. Dann würde ich sagen, packen wir da so ein Earth rein. So. Schön. So, jetzt. Macht zum Glück tiefer. Tiefer. Oh, ich hab das Piano. Ja, komm. Ähm. Ja, komm. Wir spielen irgendwas. Ja, wir sind Mozart. So, komm. Wir lassen das lieber. Danke. Oh, ich hab das Piano. Ja, irgendwas kriegen wir da. Ich kann mich da nicht mehr so genau dran erinnern, aber schaffen wir schon. Kriegen wir schon hin irgendwie. Oder auch nicht. Das ist... Ja, ich weiß noch nicht. Schauen wir mal, ob das 100% dran wird. Wahrscheinlich eher nicht. Aber gut. So, was haben wir hier? Nichts. Okay. Oh. Wiedervereinigung. 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 Äh. Äh. Und Cloud. Oh nein. Was ist los hier mit diesen Leuten? Kann ich die Kiste öffnen? Nö. Gut. Okay. Ähm. Ich würde sagen, wir gehen kurz. Wir fahren jetzt kurz noch mal nach, äh, Coral zurück. Sorry. Aber wir müssen nämlich Ford Condor helfen. Ihr könnt euch erinnern, es gab ein Ford Condor Battle Alert. Wir müssen Ford Condor natürlich immer retten, weil da bekommen wir immer so schöne Sachen. Also das ist ja echt nicht schlecht. Offensichtlich können wir von Niebelheim nicht nach Ford Condor Porten. Darum machen wir das hier. ich hätte speichern sollen vorher naja Gott komme gerade hey hallo hohoho komm zurück wenn er wieder meinen mein Wissen und meine Weisheit brauchte alles ok ich könnte hier schnell kommen wir speichern hier schnell weil es egal ist und eigentlich hätte ich auch gesagt dass ich ja auch leveln will ne oder ähm L2 machen wir da make a deal Cloud juhu so was machen wir denn was haben wir bei Cloud gesagt Cloud ist eigentlich so Stärke das ist glaube ich mein Zauberer ne komm wir machen Exhalter das passt schon so so ein bisschen Stärke ein bisschen Magie das haut schon so hin so magic source noch und laxos so komm jetzt müssen wir mal kurz wenn wir hier nach battle sortieren muss ich mal kurz gucken weil es war ein Vorschaf von euch danke ich weiß auch nicht ob das so das Zeug ok ich weiß auch nicht ob das sortieren hier überhaupt funktioniert ja moment wenn wir es nach type mal sortieren ja das passt wenn wir es nach type sortieren dann kommen zuerst diese debuff dinger so Barrett juhu so Stärke Vitalität und komm wir machen das weil Barrett ist unser Kämpfer haben wir gesagt unser Kämpfer und der der ausweichen muss und so das ist wahrscheinlich auch immer ganz entscheidend dass ich das mache weil sonst bin ich nicht wirklich um ab zu date und tiefer ist auch im Rank gestiegen so tiefer ist meine Zauberin kommen sollen wir da so Magie ja tiefer ist meine Zauberin kommen ich glaube ich sage da jedes mal was anderes aber komm ist egal hey so hau mal rein ich glaube wie viel Level kann man steigen 5 oder 8 wie viel waren ich weiß nicht mehr genau diese Sticks die sind so empfindlich das ist in den Menüs manchmal so nervig so haben wir noch einen oh Red hat auch einen Rank ja komm Cosmo Krieger hey nehm ich nehme automatisch einfach das erste so das müsste jetzt besser das müsste jetzt gewesen sein Cave Siff was Cave Siff hat auch ähm ok keine Ahnung Yeti Pell Top Cat Material Tank ja komm mach mal Material Tank das passt zu Cave Siff oder ich glaube so viel Unterschied macht es dann auch nicht oder ich bin mir nicht sicher ich glaube das Wichtigste ist dass man levelt damit man einfach die Steps nach oben bekommt ach Cave Siff nochmal das reicht es mir aber dann eigentlich Material Tank haben wir gesagt ne ja 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 jetzt Cave Siff die beste Charakter den ich habe ja auf lange Sicht gesehen mega mega gut ich will Cave Siff aber nicht nehmen Cave Siff ist so ein Charakter den nehme ich echt selten hier so ok jetzt aber wir speichern das schnell so ich hoffe nur dass der Typ jetzt wieder da ist der Cosmo Cannon Hilfe Typ du ja ist noch da oh äh der Cosmo Cannon Hilfe ich meine natürlich der Ford Kondohilfe Typ danke Ford Kondohilfe Typ und 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 die 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 wir die Bette fortkommende Musik so kommen ich wollte gleich ausgucken ja tollen Fenix der steht so blöd da Jupp bereit und wir haben neue Feuerkatapulte so ich würde trotzdem sagen wir machen den Kampf natürlich so wie immer ist das Sinn das die billigste Frage jetzt oh Feuerkatapulte guck mal ja so wir machen ganz langsam so so und dann gleich hier so ein Katapulte so ein Schießtypi du gehst gleich da nach unten und hilfst dem so dann kommt hier auch gleich so ein Schießtyp äh Attacker Defender Shooter Ego Shooter ja so du hilfst damit dann machen wir hier noch so oder da können wir da nicht schneller machen so ich bin ja mal gespannt ob wir das schaffen wir können noch was kommt die Katapulte sind halt schon auch teuer nämlich lieber so einen normalen Angreifer ja schön dass du einen Gegner getroffen hast bei meinem Bier kommt natürlich nach ja ist ganz klar ihr müsst natürlich auch mithelfen so aber noch sind nur zwei Gegner da das ist gut so schauen wir mal ok der erste Gegner ist tot ja super wir haben es geschafft sehr schön ja so einfach geht es wenn man dauernd cheatet ich bin so gemein ja boah das war gut hey Shinra kommt wieder zurück und wir bekommen 3600 für eure Mühen Turbo Ete mal 5 oh ja nicht schlecht ok so jetzt gucke ich mal in den Itemladen ob die hier gute Items haben ich brauche echt das Debuff Zeugs das ist das ist echt schlimm wenn ich das nicht habe vor allem weil ich auch keine Heilungsmateria irgendwie habe oder ich bin zu blöd oder ich bin zu blöd dazu ich weiß nicht hoi yo ne das ist so doof und du hast nur Waffen ich brauche keine Waffen die online ja genau einmal ums Loch herum das war jetzt ganz cool die 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 Oh, gut, und jetzt schnell zurück. Genau, kann es man kennen. Der Typ. Oh, es geht nicht auf. Ja, okay. Dann haben wir das auch erledigt, war jetzt nicht so spannend, aber zumindest ja, kommen fünf Turbo-Ether. Ether sind normalerweise schon teuer. Und Turbo-Ether, man weiß ja nie. Na, ihr kennt hier die Kämpfe. Kann es manchmal schon vorkommen, dass es knapp wird. Da habe ich lieber einen Turbo-Ether zu viel als zu wenig, muss ich sagen. Obwohl es blöd sein ist, ich sehe, drinnen auch einen Speichelpunkt. Wir werden drinnen speichern am Nibelheim-Speichelpunkt. Wir holen uns noch, genau, hier mal schnell speichern. So. Tada! Hey ho! Oh, Sephiroth! Er ruft! Boah, der große Sephiroth! So, was ist hier los? Ey, wisst was? Sprich mit dem Käpt'n! Bleib, geh aus dem Weg! Hm, du sollst jetzt lieber zurückbleiben. Ähm, ja... Es sieht so aus, es versteckt sich Sephiroth hier. Ja, also ich würde da nicht reingehen. Was, du bist ein Soldier? Oh, ja... Präsident Rufus hat eine Taskforce aufgesetzt, um Sephiroth zu jagen. Und, ja... Ähm... Ich denke, das heißt, wir müssen euch töten. Natürlich... Alter, wer ist denn das? Ich hab Angst. Berechtigterweise hab ich Angst. Alter! Wie stark! So, ich hoffe, ich habe Dingens noch da dabei. G-Barrier haben wir ja, ne? Kommando-Captain. So, ich weiß nicht, wie oder wie das zahlt sich nicht aus. So, deine Barriere war mal ne Barriere. War cool, das Schwert hat der, bitte. So. Cooler Schwert hat der. Gut, ähm, was machen wir mal kurz? Dispel-Remove-Buffs und Die-Buffs, okay. Und jetzt haben wir machen mit Teilen. Das können... Machen wir mal ein bisschen Matra-Magic. Mal was das so bringt. Okay, der macht Heilung zwei auf sich selbst. Ich würde sagen... Und die machen Heilung. Oh je je. Ich würde sagen, wir ziehen den ein paar MP. Also können wir ja gar nicht. Ich würde sagen, wir greifen zuerst hier Kommando 3. Mann. 2 R und 2 war geil. Ich glaube, ich sollte mich heilen, habe ich das Gefühl. Was der macht? Oh je. Kannst du nicht einfach Matra-Magic machen? Das habe ich auch gemacht. Na super. Jetzt sind wir alle tot. Scheint, das wären wir tot. Ja komm, 6800. Das ist ja gar nichts. Das müssen wir ja wohl schaffen irgendwie, oder? So gut, wir sind... Moment, wir sind wieder geheilt. Dann haben wir uns hier eine Phoenix-Feder raus. Auf. Barrett, bitte. So. Dann klaut noch eine Zweierheilung auf Barrett. Oh, Tiefer hat Gegengeld gefeuert. Interessant. Nein, daneben. So, dann nochmal schnelle Barriere. So schnell lasse ich mich nicht unterkriegen. Gut, das bringt halt irgendwie alles gar nichts, ne? Ich sage ja, den können wir dann erst, wenn er ganz allein ist. Er ist übrigens ein Trottel, ja. 950 ist auch irgendwie zu viel. Das ist gut. Aber Barrett hätte ich keine Barriere machen brauchen, weil... Na ja. Komm, wir machen jetzt... Wir gehen jetzt voll gegen das Kommando 3. Alter. Was sind wir jetzt? Sind wir jetzt ver... Wir sind doch jetzt hoffentlich... Wir sind... Ach Gott, verdammt. Hab ich noch einen Antidot? Barrett ist irgendwie verhued. Moment, das könnte eigentlich... Sollte das glaubt mit... mit Dispel schaffen, oder? Boah, Alter, hört auf mit dem Scheiß. Ich weiß nicht mehr, gegen was sind die? Anfällig? So, Barrett, bist du jetzt noch gedispelt? Nö. Hört auf mit dem Scheiß. Ich komm gar nicht mehr klar. Komm noch mal 4.3. Äh, 2. Ich muss das schaffen. Das gibt gar nicht alles. Alter, hör auf! Puh, das war ein bisschen knapp, ne? Leider haben wir jetzt Barriere nicht nur auf alle. Das ist etwas beruf. Aber weißt du was? Wir können auf jeden Fall mit Osmose ein bisschen MP ziehen, hätte ich gesagt. Wir versuchen jetzt wirklich, dass wir... Würde ich sagen, zuerst das 3er-Kommando kaputt hauen. Toll. So, tiefer mal... Oh! Wie jetzt? Warum ist Tiefer jetzt tot? Habe ich da was nicht mitbekommen? Juhu, er ist vergiftet. Ach, ne, nicht schon wieder. Boah. Also, ja, Tule-Status ist schon ein bisschen böse, ne? So. Moment, was machen wir denn da jetzt Blödes? Ich hab keine Ahnung. Barriere vielleicht hier so? Cloud, mach was mit dir. Mach Dispill mit dir. Ist jetzt blöd, wenn ich jetzt vorher Barriere mache und dann Dispill, weil das haut die Barriere wieder weg. Aber naja. Ich bin halt manchmal durch. So, komm, das machen wir nicht. Und zumindest ist die Stil weg. Ja, das ist wichtig. Ja, ich weiß, dass du dich gerne heilst, ist mir ganz klar. Aber irgendwie, der ganz linke, habe ich das Gefühl, der heilt sich gar nicht. Kann das sein? Doch. So, das könnte jetzt ein bisschen knapp werden. Nö, gar nicht. Jo, Barrett, schön, dass du spielst. Das gefällt mir ganz gut. So, Moment, wir werden jetzt... Wir werden Cloud eine... Bitte, Cloud einmal wiederbeleben. Dann. Gucken wir mal, ob wir das überleben. Nein, wir könnten große Bache eigentlich auch mal raushauen, ja? Nein, wir leben das natürlich nicht. So, genau. Schön, Gegenangriff. Und tun wir mal tiefer wiederbeleben. Hauptsache, der zieht sich das. Wir sind da. So, tiefer mal Q2. Und Cloud wiederbeleben. Wahrscheinlich ist das auch eine richtig, richtig... So, das ist nicht gut. Überlebt das, Barrett? Ich bin mir nicht sicher. Ja, knapp. Aber das Tolle ist, ja, Barrett überlebt das genau ganz, ganz... Ach Gott, muss das sein. Ach, komm. Was, nochmal? Okay. Nein, wir wurden besiegt. Oh mein Gott. Game over. So, okay. Hm. Wahrscheinlich wäre hier doch eine... Ja, komm. Wir probieren da... Nein, verdammt. Ich hätte mich vorher heilen lassen. Wir sind Touristen. So. Komm, wir heilen uns zuvor mit ein paar... Keine Ahnung. Ja, komm, wir heilen uns mit Makine. Und ich glaube, ich bin echt am Krübeln. Ich meine, das Problem ist nur, habe ich genügend Heil-Items? Meine große Wache wäre schon eine Option. Komm. Probieren wir das mit große Wache mal. Ich weiß ja nicht. So. Wenn wir dürfen, dann nur... Es muss eins dann klar sein. Komm, wir hauen jetzt Kommando... Das Kommando hauen wir gleich mal weg. So, wir gehen mit uns als große Wache. Das bedeutet auch, das Wichtige ist... Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben dann auch Spiegel, ja. Schauen wir mal, wie gut das jetzt so funktioniert. So, wir entziehen denen ein bisschen Magie. Dann würde ich sagen, Marta Magic, das können wir auch, ja. So, Tifa. Was machen wir jetzt schon? Ich würde sagen, wir ziehen hier nochmal Magie. Nein, wir machen jetzt mal kurz Sensen mit. Wir gucken, wie viel hatten wir überhaupt, der Tifa, ja. Okay, ja, 6000. Weak against poison. Ah, gut zu wissen. Ja, das hat er ja jetzt schon. Viel Spaß. Das müsste jetzt eigentlich reflektieren, oder? Also, warum reflektiert das nicht? Freiheit. Das reflektieren wir. Wunderbar. So, wir sehen uns ganz gut. So. Schauen wir nämlich mal. Wir können den mit Osmose sicherlich noch ein bisschen mehr MP ziehen. Bei den töten wir hier als erstes. Also, ist es da wahrscheinlich gar nicht mehr so schlimm. Wir müssten den Boss hier MP ziehen, oder? So, schauen wir mal, ob Laser funktioniert. Wahrscheinlich funktioniert das eh nicht. Oh, doch. Okay. Ja, da ist fast gut. Aha. Glück gehabt. So, gut. Der erste ist hin. Dann machen wir den nochmal. Tifa osmosiert aber den Captain. Derek greift den an. Also, Laser ist echt voll unbapp. Keine Ahnung, warum das Laser so unbapp ist. Autsch. So, Tifa. Tifa, der Limit. Oh, viermal, yeah. So, haben wir auch schon lange nicht mehr. Wie sieht's jetzt hier eigentlich aus? Ich glaube mal. Ach, Barrett hat Duel. Okay, Moment. Ich muss mir eine Antidote geben. Und tiefer mal kurz heilen. Ja, mach ruhig, Q2. Alter, Barrett. Ja, wie wär's? Dürfte jetzt Barrett vielleicht endlich mal sein Duel bekommen. Also, sein Antidote gegen Duel. So, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich Barrett die Heilung gegeben. Aber ist alles nicht so falsch. Komm, wir kriegen das hin. So, wir kriegen das hin. Wie sieht's eigentlich aus? Ich mach nochmal kurz ne neue Big Guard. Das ist böse. Das ist sehr böse. Aber... Haha. Oh, hört auf mit dem Scheiß. Ich hasse das. Barrett kommt einmal kurz ne Potion. Tifa macht hier Osmose. Auf den Großen. So, machen wir hier den da, damit der vielleicht dann tot wird. Sehr schön. So, dann bleibt eigentlich nur noch einer über. Und der kann sich mit seiner Q2 dann eigentlich brausen gehen. So, Osmose. Gut, wird wahrscheinlich von der Mauer auch ein bisschen... Ja, wird natürlich von der Mauer auch ein bisschen abgewendet. Aber das ist nicht so tragisch. Ja, schön. Na ja, U2. Achso, das funktioniert ja mehrrögend technisch nicht. Warum auch immer. Ich verstehe nicht, warum das mehrrögend technisch nicht funktioniert. So, ich würde sagen, wir machen hier... Einfach mal... Nein, da... Anti-Barrier. Und der bekommt nochmal hier so ein Antigote-Ding jetzt. Blöderweise kann... Lauf! Was denn Scheiß? Ah, Cloud hat sich Second Wind activated. So, kommen wir da nochmal kurz Laser drauf. Alter, jetzt hört auf mit dem... Boah, jetzt hat er schon wieder die Oli. Ich hasse das. Ich brauche einen Antigote. Ich habe keine Ahnung, wo ich Antigote herbekomme. Ja, Laser geht ja nicht. Hätte mich auch gewundert. Könnten wir denn jetzt bitte... Irgendwann mal... Ähm... Sensen auch, das wäre super. Komm, wir greifen jetzt einfach mal ein bisschen an. Einmal Sensen. So, 8000, okay. Week against Poison, aber warum haben wir dann keine Bio 2 drauf? Frag ich mich da? Flipp. Aha. Normal müsste das reflekt. Ganz ehrlich. So. Einmal Barret Limit. Wow. Natürlich Q2. Ich muss ihm DMP ziehen. Das hilft alles nichts. Weg mit den MPs. So. Moment. Esuna, was? Ach, der... Oh. Ach, guck mal. Gut, dann machen wir da mal die Barriere weg. Dann ziehen wir einmal Osmosi. Und dann machen wir einmal Bio 2. Und dann schauen wir mal, wo er sich... Wo er sich dann sieht, ja? So, 134 MP weniger. Dürfte eigentlich nicht mehr so viel haben. Mach ruhig. Kein Thema. So, machen wir einmal Gingangriff. Und still auch noch. Oh, da wird jetzt aber so. Dann die große Wache auffrischen. Das ist 666, glaube ich. Und ich glaube, ich kaufe mir ein paar Tränke und Heitränke, hätte ich gesagt. Ja, natürlich haben wir wieder Aero 2. Was denn auch sonst? Bald hat er keine MP mehr, wenn er so weitermacht. Aber das ist mir eh gerade recht, weil wir müssen ein bisschen heilen. Heilen wir tiefer nochmal. Ach, er macht wieder Esune. Ja, komm. Ich mache wieder Päuse. Hilft nichts. Tut mir leid. So, einmal wieder aus, Moser. Blop. Sehr schön. So. Weil er sich einfach immer heilt, weißt du? Komm, einmal machen wir noch Osmoser, weil ich glaube, so viel kann er nicht mehr haben im Peep. Er kann nicht mehr so viel haben. Jetzt zeige ich, ob die Barrieren haben wir noch. Sehr schön. Ja, komm, weißt du was? Ich lasse Berret jetzt einfach sterben. Jetzt ist mir egal. Ich kann nicht noch einen Antitode raushauen. Oder vielleicht schaffen wir es sogar, dass er vorher stirbt. Kann ich mir das mal nicht vorstellen, aber viel hat er nicht mehr. So, Bio 2. Alter, 700 fast. Nö, Barret stirbt. Barret ist tot. Hui. Und die nächste wäre tiefer, aber... Reicht's mir. So, komm. Die nächste wäre tiefer. Du hast jetzt auch noch eine High Potion raus. So, 145 hat er noch. Jetzt ist er eh tot. Alter. Boah, was für ein Kampf schon wieder. Aber haben wir eigentlich gut hinbekommen, finde ich. Haar, Barriere, Level ab. Sehr schön. So. Wir speichern auf jeden Fall gleich mal ab. Und ich muss jetzt ins Laden. Jetzt entdecken wir uns einfach mit Tränken und so Zeugs ein. Weil ich möchte nicht wissen, was da drinnen dann wieder abgeht. Wo war denn hier der Laden? Bist du im Laden? Ja. So, weil Tränke sind nämlich hier echt eigentlich ganz praktisch. So, guck mal, dass wir überall so 30 haben. Hm. Ja, komm. Das ist okay. Ein Phoenix. Federn. Nehmen wir auch noch ein paar Zeltmaschinen. Okay. Gut, gut, gut. Ja, blöd ist halt, dass ich... ...kein Antitode mehr bekomme, offensichtlich irgendwo. Muss ich das jetzt wirklich von Gegnern farmen, oder wie denkt sich das Spiel? Dass ich weiß ja nicht, was hier der... ...warum nimmt... Ich bin Trottel. Komm, hey! Im Zelt! Nee, weißt du was? Können hier ja wohl übernachten. Und übernachten wir einfach mal. Hey, ho! Hallo! Oh, gib mir eine Nacht. Ja, eine Nacht, danke. Hey, 100... 100 Gil ist billiger als das Zelt. Das kostet nämlich 500. Ich hätte niemals gedacht, dass in einem Final Fantasy-Spiel Debuffs irgendwann so viel Wert... ...also so Debuff-Zeug so viel wert wird. Also, dass es so wichtig ist, das hätte ich mir nie gedacht. So, und Ryan, die Schindravelle. Was liegt da? Das Experiment war ein Erfolg. Ja. Was? Aha. Okay. Müssen wir mal gucken. Okay, das ist dann offensichtlich eh immer noch dasselbe. Aha, okay. Alright, 97. Moment, ich schreibe mir das auf. So, 1, 2, 3, 4 ist R 97. Was haben wir da jetzt? Der fünfte auch noch? Was? Der fünfte Dreh hat eine Melodie. Aha. Verstehe ich nicht. So. 1 ist... Box. Ja? Okay. Ja, ich weiß den Code-Layer nicht mehr. Wahrscheinlich ist es der gleiche wie im Original-Spiel. Aber ich weiß es trotzdem nicht mehr. 2. Die Ivory ist short of T&R. Hä? Ich hab keine Ahnung. 3. Okay, ja gut. Ich, ich schau mal. Ich schau mal, ob wir da jetzt Glück haben. Wahrscheinlich nicht. Also offensichtlich hier ist nichts mehr. Beim Klavier. Ah, doch. Left 10. Okay. Ich mach's mal mit dem Fragezeichen. Ah, Ivory heißt Flügel oder was? Ich, ich, ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Ah, der Hallo Freund. So, wir machen gleich mal einen Sense. Was, Demi-Cutter? Alter. Ah, schön. Wir können reflekten. Das freut mich sehr. Weak against Bolt. Weak against Gravity. Was? Weak against... Da ist Weak... Okay. Lasst den Scheiß. Da ist Weak gegen Demi, der ist dasselbe aus. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. So, und kabumm. Bloody Cutter. Moment. So, Moment. Musmose? Komm, wir machen ja normales Ding jetzt. Glaub mal hier einfach in Demi 2. Hätte ich gesagt. Einfach nur mal Zweckstim probieren. Ja, das ist gut. Der ist wirklich schwach gegen den. Ich glaub's nicht. Und wahrscheinlich auch schwach gegen Tod. Kann ich mir vorstellen. Hamidas Revenge. Hamidas Rache. Ja, schön. Und der ist tot. Okay. Keine Ahnung, verstehe ich. Na gut. So. Ist hier sonst irgendwas? Nö. Okay. Oje, oje. Die meine Freunde. So, einen Moment. Da machen wir gleich mal fein. Das könnte ein bisschen Matra-Magic. Ja, die machen jetzt alle Curse. Keine Ahnung. Warum mach ich da eine Barriere? Verstehe ich jetzt nicht ganz. So, komm. Wir machen jetzt lieber mal schnell Cure 2 auf Cloud. Na Gott sei Dank. Jeder, der Leben. Okay. Das Glück kann man nicht machen. Mal. Na doch. Oh, gut. So, jetzt schauen wir mal kurz gegen was die so allergisch wären. Theoretisch. So, was haben wir denn hier für was? Gravity. Sie sind ja gegen alles. Sie sind ja gegen alles allergisch. Witzig. Oh, wir haben ihn vergiftet. Das ist schön. Demi auf alle wäre eigentlich ganz cool, ne? So, machen wir Stalker-Face B mal mit Demi ein bisschen zu schaffen. Und tiefer sollte sich vielleicht heilen. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Schön. So, tiefer sollte sich heilen, haben wir gesagt, ne? Also, wir sind ja gegen alles. Gut. Mood Mask. rauswerfen vielleicht. Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen. Runen an, dann haben wir ja schon. Da haben wir noch eins. Ja, aber wir können hier, das ist wichtig. Magic Counter. Ja, wichtig auch nicht wirklich, aber naja, komm. Ist egal, das lassen wir so. So. Ja, gut. Das lassen wir auch so. Wir gucken da weiter. Oh, ganz viele Kisten. Twin Viper. Oh, schön. Ich glaube, die war immer schon da, oder? Kann das sein? Kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Da kann ich nicht durch, das ist nicht schön. Wie schön, Ravella. Da ist auch irgendwie gar nichts, okay. Oh. Wieder meine Freunde. So, ich würde sagen, Barrett macht nochmal schnell eine Barriere. So, ja. Dann lasst den Scheiß. Mal auf Barrett kurz getürt. Ja. Und dann drauf losgehatet, hätte ich gesagt. Oh, ach, du stirbst gleich. Was? Das ist einfach so gestorben. Mit einmal dem ist er gestorben, obwohl das technisch gar nicht möglich wäre, aber gut. Oh nein, Pio. Haha. So, letztens haben wir das schön ausgewichen. Ja, wunderbar. Ich liebe meine lustigen Figuren. Ich liebe meine lustige Arten. Ja. Sehr lustig, ne? Oh, Eislevel ab. Schön. Heilige Fackel. Was ist denn denn? Heilige Fackel. Ah, so was haben wir sogar schon. Okay. Cast Disco, okay. Und wir lassen da Battle. Oder haben wir Battle? Ich glaube schon. Ne, Type. Aber was ist, nach was sollen wir sortieren? Ja, Battle ist gut. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, Soft ist auf jeden Fall weiter vorne. Das passt gut so. Ich weiß ja, ach, der ist schon wieder mein Freund. Komm, da haben wir auch wieder Demi drauf. Irgendwie sind wir alle gegen Demi allergisch, habe ich das Gefühl. Wow. Das ist ein 4.200, das ist eh schon tot, oder? Ja, er ist schon tot. Ein Demi und er ist tot. Wunderbar. Einmal Demi und du bist tot. Ja, das ist ganz schön. Damit verdiene ich mein Brot. Ich habe es gesaut. So. Okay, okay. Random Count ein bisschen hoch, irgendwie. Ach, jetzt gibt es schon 4 von denen. Ich würde sagen, wenn es 4 gibt, dann haben wir Matra Magic raus. Töte mir ja tiefer nicht. Oh, Barret ist stumm. Ja, das ist natürlich doof. Dann würde ich sagen, wenn Barret stumm ist. Also, Cloud darf schon. Okay, dann würde ich sagen, wenn Barret stumm ist, dann machen wir dann. Du willst mich doch verarschen. Was ist denn jetzt auf einmal los? Wehe, du heißt jetzt irgendjemanden mehr. Ja, ganz so lange. Autsch. So, Kung Fu, das Maiden's Grace müsste richtig sein. Ähm, ja, toll. Ich dachte mir noch, ich, ich soll es vielleicht nicht provozieren. Soll mein Glück vielleicht nicht provozieren, dachte ich mir noch, ne? Ja, klar, ein epischer Schlag auch noch drauf. Hört auf mit diesem Funny Breath. Vor allem, letztes hat der immer so gut funktioniert, dass der nicht funktioniert hat. Ernsthaft, ja, Gott sei Dank, jetzt ist es zumindest eins vergiftet. Weißt du was, komm, hau mal drauf jetzt dein Limit, Barret. Das ist mal richtig. Dass die ein bisschen Schaden nehmen. Vielleicht ist ja einer dann schon tot. Zwei sogar, Gott sei Dank. Ja, danke Tiefer, dass du Cloud aus der... aus dem K.O. hilfst. So, komm. Eine Potion. Weißt du was? So, reicht's. Tiefer immer mit dem tollen Feuer, ähm, gegen Angriff Dingens. Das ist irgendwie so, so süß, so. Oh, so ganz ein kleiner Schaden. So, ja, das war auf einmal doch ein bisschen gefährlich. Oh, Satelliten-Team. Barret ist richtig am... am Uplimiten, hab ich das Gefühl. Jetzt hat er schon Lamp-3-Limit. So, das bedeutet, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen heilen. Tiefer bräuchte er unbedingt HP plus. Oder irgend sowas. Komm, ich geh jetzt lieber raus und speichere da draußen, weil umsonst ist der Speichelpunkt hier nicht da. Also, dass die Shinra Villa so, so anstrengend ist, hätte ich mir ja nicht gedacht. So. Aber ist eh gut. Gefällt mir. Ich mag das. Ist da die Kiste mit dem meisten Sauerstoff? Ah, Basement-Kies. Schön. Okay, rechts 36. So. Nein. Oh. Meine Freunde. Okay. Moment. Alter. Fängt das jetzt schon wieder gleich an? So. Wo ist ein stumm? Mini Frog. Silence Darkness. Hier. Echo Drops. Deswegen, was sind die jetzt nochmal allergisch gegen alles wahrscheinlich, oder? Warten, wir sind schon. Mal kurz gucken. Gravity Wind. Gravity Wind. Ich dachte, das war mehr. Ja, keine Ahnung. Irgendwie lustig, der Kampf. Nimmt schon wieder genau denselben. Der nimmt schon wieder genau denselben Verlauf wie der letzte. Der letzte. Irgendwie. Also, einen ähnlichen Verlauf zumindest. Wehe, du zauberst jetzt. Ach Gott. Barrett. Du Trottel. So. Juhu. Komm, Cloud auch. Komm. Ja gut, da muss Cloud wohl den Demi rausholen. Ja. Ja. Oh, jetzt hast du Cloud. Ja, klar haut jetzt alle Cloud. Haut euch doch gegenseitig, damit ihr endlich zumindest ähm, wieder normal werdet. Ja, okay. Jetzt sind alle am Hasseln. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt wird es mir dann so bunt hier. Ja, toll. Danke. Das gefällt Barrett natürlich sehr, wenn du den Demi 2 rüber haust. So, ist jetzt endlich Barrett. Okay, Barrett ist wieder normal. Tiefer ist auch wieder normal. Gott sei Dank. So, können wir jetzt bitte... Alter, nein! Ach komm, warum? Ich verstehe es nicht sonst. Bei 3, das war es 100 Mal. Gott sei Dank. Zumindest die gingen jetzt auf uns. Ja, das ist ja schon mal viel wert. Ja, komm, ich habe mir jetzt eine High Potion drauf mal. Nein, bitte überlebt. Danke. So, weißt du was? Nein! Verdammt, Alter. Ich habe das dafür wohl nicht wahr sein. So, jetzt wird es... Ich laufe jetzt davon. Ne, ich will nicht davon laufen. Ich habe gespeichert. Ich muss nicht davon laufen. So. Wir müssen auf jeden Fall Barrett wieder belegen. Das kann... Okay. Ah, zumindest okay, gut. Wenigstens irgendwas Tolles. Cloud Second Wind hat sich aktiviert. Ja, klar, haust du tiefer. Na klar, natürlich. Gleich auf Barrett. Das ist ja so klar. So. Du willst mich doch verarschen, oder? Du willst mich doch verarschen. Alter. Jetzt reicht es mir aber. Ja, nur, klar, klar, haut alle bio. So, eine muss mal tot sein. So. Dann. Hört auf mit dem Scheiß. Gut, zumindest eine ist schon mal tot. So, komm, Cloud, das schaffst du noch. Ja, gut, wir haben Kyo 2 gezaubert. Das ist alles nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Wir schaffen den Kampf noch irgendwie. So, komm, machen wir nochmal Kyo 2. Oder wir machen... Moment, wir machen live. Auf Barrett. Wie viel bringt das? Wie viel heilt das? Tausend. Ah, das ist gut. Zumindest... Moment. Hier mal Kyo 2. Wacke mal ich auf beide. Alter, wie anstrengend der Kampfdorf bitte ist. So. Gut, das Ding ist hin. Und dann nochmal kurz hier tiefer. Wieder zurück. Da geben wir schön eine Hype-Potion. Wenn ich mit einem Cursor hinkommen würde. Wunderbar. So. Komm und jetzt. Bitte. Das kann es ja wohl nicht sein. So. Angriff. Wir müssen doch bald mal tot sein. Boah, so ein nerviger Kampf. Das darf wohl nicht wahr sein. Also nervig nicht zum fordern der Kampf. Bin ich ja glatt am überlegen, ob ich, bevor ich in den Keller runtergehe, nicht nochmal speichere. Obwohl zur Not, es gibt immer noch die Möglichkeit davon zu laufen. Oh, klaudert endlich. Also nee, das ist eh schon das zweite, okay. Aber Kiko ist noch nicht auf Limit Level 3, oder? Ähm, oder nee. So, irgendwo hier, jetzt muss ich hier ganz kurz, ganz kurz, laufen, laufen und irgendwo ist da, irgendwo sollte da. Enemy Launcher, was ist ein Feindeswerfer? Ernsthaft? Alles für Barathon. Hits all enemies? Ernsthaft? Oh. Ja, das probieren wir doch mal. Hätte gesagt. Jetzt schauen wir nur, ich weiß nicht, ob die... So, komm, das... Ach Gott. Das raus, das raus, dann kommt das da mit dem da rein. Das kommt da rein. Und Barrett hat noch was, dann würde ich sagen, hauen wir mal Titan rein. Ja. Einfach nur, damit wir das auch mal haben. Ah, okay, 59 rechts. So. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, da jetzt runter zu gehen. Mein Freund, die Giro-Felge. Autsch. Toll, das hat er schon... Das fängt ja schon gut an. Mit der neuen Waffe, die ist ja schon gut. Ah, und ein bisschen Butterfly-Edge. Stimmt, das ist so lustig, der haut sich dann immer mal wieder runter. Wow, Barrett, du bist so gut. Ja, es ist jetzt, weil wir die Attack-Prozenter leider echt schlecht haben mit dem Ding. Weißt du was, ich mache jetzt ein bisschen Shoot-Damage. Komm, wir haben ein bisschen Granaten raus. Okay, die Granaten können wir verkaufen. Also ich glaube, das Problem an der Waffe ist echt, dass... Ja, dass der Ding ins Prozent sitzt. Wobei, alle Gegner angreifen ist halt schon gut. Warum hält der so viel aus, auf einmal? Aber dafür, wenn er dann immer daneben haut, das ist halt... Ah, das ist dafür, dass wir eigentlich... Dass wir eigentlich wenig zaubern, ist das schon doof. Und er fällt schon wieder runter. Krottel. Oh, er hat... Er war kurz Assy. Natürlich auf Barrett, aber ist kein Problem. Hey! Boah, die Waffe sieht richtig wild aus. So, Cloudy ist schon fast fünf Level vorne. Also wenn Cloudy 40 ist, glaube ich, gebe ich die XP-Plus-Materie irgendwie anderen. Aber ich müsste ich tiefer auch in die hintere Reihe geben. Ich habe Angst. Ich habe Angst hier. Ich habe echt Angst hier. So. Ich gehe da gleich mal rein. Hey! Wer ist da? Ihr müsst gehen. Nein! So. Was sagst du? Gut, die quatschen und quatschen und quatschen. Ja, passt schon. Oh. Das war jetzt nicht sehr erfolgreich. So, nochmal auf. Ah, verdammt. Und wieder zu. So, Deckel nochmal auf. Hey! Und wir erzählen eben über Sephard. Schauen wir mal, ob das dann besser ist. Gut, Cloudy erzählt die ganze Geschichte. Oh, ah, so war es, ne? Also, Sephard hat über das Genova-Projekt erfahren. Okay. So, und er haut wieder ab. Ja, toll. Liegt er einfach in seinen Sarg. Schauen wir einfach mal hier weiter. Kann man da schauen? Project S plus Spaciment B, Code C. Okay. Oh. Sephard. Ich habe auf dich gewartet. Die Wiedervereinigung wird bald stattfinden. Ach, egal was du dir gedacht hast. Es endet hier und jetzt. Du wirst der Wiedervereinigung auch beitreten. Wenn die Zeit kommt, suche mich auf. Nördlich, dort wo Schnee und Eis sich befindet. Hast du mich nicht gehört? Wir werden das jetzt gleich hier, ähm, klären. Verstehe. Du bist noch nicht bereit für die Wiedervereinigung. Ich gehe zum Tempel des Alten Volkes. Wenn du die Wahrheit wissen willst, dann folge mir. Wiedervereinigung? Tempel des Alten Volkes? Don't touch you. Danke, Sephy. Eine Substanz. Sneak Attack. Cool. Also eigentlich war das immer, war das hier das Zerstören oder Asteroid oder sogar irgend sowas. Ich weiß gar nicht. Aber wir haben einen Sneak Attack gefunden. Sneak Attack ist auch praktisch, oder? Weil das war ja, was war denn das nochmal? Das war doch, dass man öfter pre-emptive with paired material, das ist ja auch praktisch. Aber wir haben echt viel zu wenig Doppelslots. Kann man da irgendwas machen? Das ist echt, ja, können wir leider momentan noch nicht verwenden. Gut. Okay. Gut, dann hätten wir das geglaubt. Ich muss der also hier rein. Das habe ich ganz vergessen, dass ich hier rein muss. Ach ey, Fledermäuse. Die werde ich wahrscheinlich wieder gar nicht treffen können. Toll. Juhu, getroffen. Oh, Barrett hat sogar getroffen einmal. Wow. Funktionieren mit der Waffe eigentlich die Gegenangriffe? Ja, doch. Funktionieren, okay. Ah, da kann man Antitode stehlen. Sehr schön. Oh, sogar vergiftet. Cool. Also mit der Waffe haben wir eigentlich eine gute Kombi, muss ich sagen. Weil Barrett nämlich echt dann vergiftet auch und alles. Das ist, ja, das gefällt mir gut so. Und so schlecht ist das Ding jetzt auch nicht, ja. So. So, ich weiß nicht, ob wir diese Geschichte mit dem Safe machen. Ich habe echt Angst vor dem Safe. Ein bisschen. Oh, oh, oh. Die Wagen der Gerechtigkeit. Ich habe schlechte Erinnerungen. Okay, sie hauen einfach hundertmal zu. So stehe. So, kommt Satellitenstrahl. Barrett's Satellitenstrahl. Ja, gut, okay. Das ist schon ganz in Ordnung. Oh, oh. Sie sind umgeschwenkt. Oh, oh. Ich glaube, das bedeutet so viel wie, jetzt bin ich böse. Ja, komm, die haben Wind. Aber klar. Die haben etwas Geiles. Oh, Demi2, das ist nicht. Das ist unschön. Demi2 ist unschön. Wow. Okay. Verstehe. 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 Weißt du was? Komm. Das ist so scheiße. Die Fliegen. Ne, das bringt es nichts. Okay. Da müssen wir Matra-Magic machen. Das müsste helfen. Barrett darf ein bisschen mehr High-Potion rauswerfen. Auf die High-Potion. Okay. Tiefer muss unbedingt beim nächsten Gegner Osmose machen. Der hat keine MP mehr. Aus Gründen, die ich nicht verstehe. Ja, vielleicht sollten wir uns doch ein Zelt einwerfen. Früher oder später. Weißt du was? Wir holen uns jetzt hier. Werfen wir, machen wir kurz ein Zelt. Tada. Und wir speichern. Und dann machen wir den Safe auf. Wir gucken mal, was drin ist. Ich habe ja keine Ahnung, was drin ist. So. So. Okay. Rechts 36, links 10, rechts 59, rechts 97. Rechts 36. Links 10. Toll. Haben wir schon vergeigt. Rechts 59. 97. Alter, das schaffe ich mit den Sticks nie. Failed. Das schaffe ich niemals mit den Sticks. Moment, muss ich kurz gucken. Wo ist denn das? Config. Ich muss kurz gucken. Hier, Controller. Ich habe eigentlich nicht... Warum zeigt er mir jetzt nur Keeper? Ich habe keine Ahnung. Also manchmal, ich verstehe das nicht. Ich müsste ja neben das Ding sein, oder? Ja, gut, okay, komm. So schaffen wir es. Open the safe. So, rechts 36. Links 10. Rechts 59. Dein, verdammt! 97. Haben wir gut gemacht. Failed. Ach, wirklich. Ach, wirklich. Rechts 36. So, links 10. Ähm, 59. Nein! Verflucht! Ach Gott, ich... Ja, das ist... Es ist echt schwierig. Ich verstehe nicht, warum, dass man beim Safe öffnen ein Zeitlimit hat. Das verstehe ich nicht. Ist das ein Zeitschloss? 59? 97. Juh! Ja, gut, okay. Es ist die Titan raus... Äh, die Substanz rausgefallen. Und... Oh, es ist natürlich unser Freund. Und das... Kistenmonster... Get on my level! Was? Wie? Wo? Partylevel synced zu... Lamp... Was? Wie? Warum? Was war das jetzt? Das hat... Ich verstehe das nicht. Was ist denn jetzt passiert? Was? Wie? Wie? Synced with... Hä? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas komisches ist jetzt gerade passiert. Der sagt, kommt auf mein Level und jetzt Partymember synced with Level from... Lambda Kalkule. Zoll. Algebraspeed? Was? Ähm... Ähm, 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 ähm... Oh! Das ist nicht schön. Ich will mal kurz Sense mal schauen, was der so kann. Also demig geht auf jeden Fall schon mal nichts. Komm, wir hauen einmal Titan raus. Fractalizer! Wow! Oh, das hat wehgetan. Barrett hat... Ja, Barrett. Gegenangriff sehr schön. So, machen wir mal Q2. So, ähm, ich drück kurz Pause. Ach, ist okay. 16.000. Ja, es ist zu schaffen. Earth. Okay, super. Wir haben Titan mit. Den hauen wir jetzt gleich raus. Das ist Earth. Schauen wir mal, was der so drauf hat. Der Titan. Und der macht ihn ja auch, äh, petrifyen. Aber das funktioniert sicher nicht. Neuner... Naja, das war jetzt nicht so prickelnd. Ich sollte vielleicht echt gucken, dass ich den osmosiere. Nein! Der hat mich klein gemacht. Moment, da haben wir was dagegen. Da haben wir was dagegen. Mini-Frog. Aber der heißt gesät, der ist auch nicht. So. Schlitz! Schlitz! Ja, war jetzt nicht so prickelnd. Warum können wir nicht mehr sammeln? Ich dachte, die sind unendlich hier. Aura auf du. Okay. Oh. Verdammt. Ich meinte, ich müsste aber Quake mit dabei sein. Ist das jetzt gut hier? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das... Oh, ah, tiefer hat er... Gegenangriff gemacht. So, komm, machen wir halt hier noch drauf. Naja, das ist jetzt auch nicht so toll. Toll. Ja, komm, jetzt lass den Scheiß. Zieh mir nicht die MP, Alter. So. So, gut, Schlaghagel. Ja, da sind wir auch richtig gut gewesen. Nichts. Das bringt genau gar nichts. Das ist so schlecht, physikalische Angriffe. Vielleicht ist das besser. Schauen wir mal. Ach, nicht wirklich. Aber zumindest der Gift funktioniert. Das wundert mich ja immer noch. So, wie viel hat er noch? 11.000. Also wir haben noch nicht mal die Hälfte. Schauen wir mal, wie gut das Eis 2 funktioniert. Autsch. Nein, wir könnten schon natürlich Dingens probieren. Ja, ich sage immer Dingens. Reflekt. Aber ich glaube kaum, dass hier viele der Dinge Reflekt funktionieren für viele der Dinge. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, tiefer 1, 2er Heilung. Barrett macht hier... Barrett macht hier Dingens irgendwie groß. Natürlich ist er wirklich sehr klar, dass er klein ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir hauen mehr. Wenn wir Laser probieren, kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber funktionieren kann man es ja. So, tiefer Kiro 2 auf. So, tiefer Kiro 2 auf. Und Cloud? Und Cloud? Und Cloud, Kiro 2. Aber klar, dass das nicht geht. Hier schon was. Fire Damage inflicts slow. Oh, Cloud Second Print. Genau jetzt wo... Ah, super. Molotov, wow. Weißt du was, wir hauen jetzt die große Wache raus. Wir probieren das einfach. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Aber wir können es probieren. So, High Potion auf tiefer. So, und dann, wir machen einfach Feuer 2. Limit. Ich brauche mich nicht zu jähren. Genau deshalb. Nee, das bringt auch... Das ist alles so schwach. Vielleicht sollten wir wirklich irgendwie... Ich weiß nicht. Komm, das muss eigentlich... Ja, natürlich wird das nicht zurückreflexiert. Wäre auch zu schön gewesen. Aha, sieh an, sieh an. So gefällt mir das ganz gut. Das macht mir da auch richtig schön Schaden. Ja. So, und weißt du was? Wir können auch nochmal schöne Osmose machen. Dann ziehen wir ein paar MP. Oh, Barrett ist klein. Gut, wenn Barrett klein ist, dann machen wir hier natürlich hier das Konnucho Polika Lieder. Dingens, irgendwas. Oh, das Ding hat sich verwandelt. Das ist schön. Das ist schön. Ich glaube zumindest, dass das schön ist. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Wahrscheinlich ist das nicht so gut. Autsch. Das war... Constant Barrett... Oh, was ist denn das? Wow. 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 Unschön, was hier passiert. Unschön. Ach, ich totte. Warum mache ich nicht? Nein, ich idiot, ich idiot. Nein, 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 nein. Verdammt. Ah, super. Aber warum nur? Warum bin ich so doof? Ja, Gott sei Dank. Okay. Jetzt wird zumindest ein bisschen was reflektiert. Na komm, auf Barrett können wir nochmal Cure 2 machen. So, ja, das war jetzt echt blöd. Was ist das jetzt? Ich mache jetzt nochmal... What's Bugs? Ja, toll. Ja komm, das müsste eigentlich reflektiert werden. Natürlich. Oh. Alter. Wow. Was, das hat den geheilt? Na schön. Das ist jetzt nicht schön. So, einmal eine große Wache, bitte. Autsch. Was? Sieben? Hä? Ach so. Dafür ist sie. Bis dann wurde irgendwas jetzt, glaube ich, passiert. Aura of One. Okay. Ach so, ja, ja. Ist natürlich. Ist klar. Ja, heilt sich. Sie ist ja schon wieder drüber. Moment, ich muss irgendwas, ich muss irgendwas machen. Ich soll irgendwas machen. Ich frage mich, ob das reflektiert wird. Natürlich wird es nicht reflektiert. Was denn auch sonst? Ja, so. So, komm. Hit, hit. Natürlich, da geht daneben. Ja, zweimal daneben. Alter. Ich mache jetzt noch mal Sense auf das Komische Vieh. Weak against Earth. Es bleibt dabei, dass wir nur Earth haben. Ah ja, das ist schön. Und zwar genau gar nichts. Also, schadensmäßig. Aber wir müssten eben eigentlich, eigentlich nur die MP ziehen, oder? Dann kann er solche Sachen hoffentlich nicht mehr machen, ich meine. Wow, zwei, alter, 42, bist du wahnsinnig, ist das gut. Ah, Mods-Bugs bringt die sowieso bis ans Limit, quasi. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz hier ein Ding ins Rappen. Hype auf Cloud. So. Komm her, Osmose braucht das Land. Ich osmosiere den jetzt einfach so lange. Ich osmosiere den jetzt so lange, bis er einfach keine, ähm... Ja, bis er einfach keine MP mehr hat. Dann kann er sich brausen geben mit seinen lustigen Angriffen. Nein, ich habe keine MP mehr, verdammt. So, einmal Cloud. Das ist ja auch witzig, da können wir irgendwie auch nichts dagegen machen. Das ist einfach so ein Angriff, der immer gleich einen Schaden macht. Irgendwie, es, ja, es wird nicht weniger. Jetzt haben wir hier irgend so was wie die Earth-Gram oder so was. Schauen wir mal. Mini Frog, Silence Darkness. Ich will nur schauen, was wir so haben. Schrapplen ist sicherlich gut. Stop Death. Slow. So ein Spider-Web könnten wir probieren. Ja, klar, machen wir das mal. Wow, 100... Oh mein Gott, ist das gut. Ich bin begeistert. So, komm, schnell wieder große Wache raufhauen. Warum hat Cloud kein Reflekt mehr? Man weiß es nicht. So. So. Wir müssen das Spider-Web auch nochmal probieren. Immer tiefer, das bestes Limit, ja. Funktioniert wahrscheinlich nicht, oder? Natürlich nicht. Zack, okay. Scheiße, Cloud wird jetzt wahrscheinlich tot sein. Ah, ne, das ist, ach, oh, ne, das ist die Geschichte, genau, hab ich vergessen. Ach Gott, komm. So, Barrett. Haben wir mal ein Limit raus für Barrett. Haben wir mal ein Limit aus für Cloud. Oh, das wäre gut, 1700, das wäre vertretbar. 1008, okay. Ich habe keiner, was mit diesem Escape-Faktor auf sich hat. Boah, Alter, das nervt so. Hat der jetzt immer noch über, über 10.000? Nö, 9.000 irgendwas. Ja, gut, er ist bei einem Vieh. Wird ja auch nicht funktionieren. Ja, komm, ich nehme das mal. Ich probiere nur ein bisschen rum. Wow, Matra-Magic ist richtig gut. Ah, Barrett hat... Das ist schön. Und Barrett würde ja gar nicht... Das ist ja... Oh, Gold Barrett. Gold Barrette, sehr schön. So. Gut, so schlecht wären ja die Angriffe jetzt gar nicht. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, sehr schön. Ja, da ist Reflekt dann schon ganz praktisch. So, dann schauen wir mal. Stil, 7800. Komm, ich muss muss hier den jetzt nochmal. Motz-Bucks sind natürlich böse. Wenn die genau immer auf 1 abziehen. Was halt schon echt gemein ist. Gut, das zieht fast gar nichts ab. Ja, da müsste man nochmal Sense machen. Ganz einfach, weil es mich interessiert, wie viel MP der noch hat. Wäre jetzt echt interessant, wie viel MP der noch hat. Aura of One, das ist natürlich ganz toll. Danke, hat dann über 2000 mehr. Natürlich. Vielleicht sollten wir bei Barrett noch das Gift heilen. So. Nee, das schaffe ich niemals, dass der keine MP mehr hat. Jetzt hat er wahrscheinlich auch wieder über 10.000. Ja gut, ja jetzt, komisch. Jetzt funktionieren die physikalischen Angriffe wieder besser. Oder täuscht mich das? Jetzt kann auch sein. Aber komm, schön angreifen. Und wobei, er hat daneben geschlagen. Ah, ne, ist so giftig, das ist ja schön. Ist auch nicht alltäglich, ne? So. 8.000. Ah, verdammt, das Gift heilt ihn. Okay, ich bin roto. Das Gift heilt ihn. Das ist ganz schlecht. Super. Muss ich ihm jetzt eine Antidote geben. Große Wache bräuchten wir auch mal wieder. Das ist natürlich jetzt doof, weil jetzt heilt ihm das Gift immer schön. Was mache ich jetzt? Komm, gehen wir ihm ein Antidote. Mein letztes Antidote. Und ich habe den Gegner vom Gift bär frei. Ich bin so nett. Ich probiere Osmose trotzdem noch weiter. Ja, keine Ahnung. Das ist, ich verstehe das Escape Factor nicht. Das ist irgendwie ganz komisch. Oh, schade. Probieren wir mal was Feuer, schauen wir, was Feuer 2 so bringt. Alter. Ich dreh am Rad. Was bringt Eis 2 so? Okay, Feuer 2 überhaupt daneben. 60. Ah ja, toll. Und Paradis wird vergriftet. Du weißt was, ich heil's einfach drauf. Das bringt nix. Der heilt sich zu viel. Da bin ich, glaube ich, echt noch ein bisschen zu früh dran. Ich meine, es könnte sein, dass ich ihn schaffe, aber es ist mir zu mühsam. Es tut mir leid, Leute. Oder vielleicht probieren wir ihn dann, ja. Komme ich da eigentlich nochmal zurück? Ja, doch. Ich würde sagen, wir probieren das Vieh dann später nochmal. Wir waren eigentlich gut unterwegs, aber doch nicht so gut. Wobei jetzt hier Reflekt und so, ne? 336. Soll ich schon aufgeben? Ich will ja, das hat mich nicht aufgeben. Jetzt haben wir schon MP-mäßig wahrscheinlich schon so weit herunten. Ja, das brauche ich jetzt auf jeden Fall. Habe ich ja, ich immer noch. Komm, ich riskiere es. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch Reflekt habe. Habe ich noch Reflekt, oder? Natürlich habe ich noch Reflekt. Ja, jetzt haben wir ihn geheilt. Das war jetzt sehr gut. Jetzt hat er wieder 9000. Ach, hey, das darf er wohl nicht wahr sein. 11.000. Sorry. Aber ich spekuliere ja immer noch damit, dass er irgendwann mal halt wirklich keine MP mehr hat. Weißt du was? Glaubt, bekommt jetzt ein Elixier. So sieht's aus. So, ein Tifa stirbt jetzt wahrscheinlich eh. Nö, er hat sogar überlebt. Okay. Es kann nicht mehr lange dauern, dass der keine MP mehr hat. Das gibt's einfach nicht. Ouch. Oh, Barrett hat seinen Job erledigt. Was ist denn da los? Moment, ich sende jetzt nochmal kurz. Ich will wissen, wie viel MP der hat. Was, Level 89? Habe ich das jetzt richtig gelesen? Ach, da stellt er sich jetzt auf Level 89 rum. Na gut, wenn das so ist. Alter. Verdammt, wir sollten... Ja, wir hätten... Ähm, wir sind beide tot. Okay, na gut, dann. Anni, Tifa hat natürlich noch hier... ihr Lebensding ins Dach. Oh, schön, jetzt sind wir alle auf 1. Das ist ja ein Traum. Okay, weißt du was? Oder wahrscheinlich wird's gehen, wenn wir ganz am Anfang in die ganzen MP osmosieren, weil jetzt haut es nicht mehr hin. Komm, ich laufe... Ich sterbe jetzt einfach. Ich lasse mich jetzt einfach töten. Es ist aussichtslos in der Konstellation. Es ist leider vorbei. Oh, no. Oh, okay. Oh, Claudi ist tot. Was ist denn da los? Wir sind gestorben. Was ist denn da passiert? Ja, gut. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen und ich denke, ich lasse es für heute und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy VII New Threat Mod. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.